Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde CS GO auf das 2 mit den Zockertrio King, Ramondo und Erik Und Eriks kleinen Bruder Kommt noch bitte einer mit B Ach, B kann ich überhaupt nicht Aua, Aua Es wird B Geh mal durch Ach du bist blau Ach stimmt, ich bin blau Nein, nein Du bist blau geworden und nicht nur lila, ich wollte grün sein Sehr schön High five Oh sorry, ich wollte dich nicht hitten Ah, hier die Hilfe Ja gut, wir haben eh keinen Kevlar und nichts gehabt Ja, passt schon Die werden jetzt aber bestimmt kaum Ich hab Scout, ich gehe Hm, soll ich hin, Mitte? Ne, Mitte geht nicht Ich mach jetzt nochmal Echo Ich geh Oh, ich muss gar nichts Mit der Scout mach ich dir jetzt One-Shot, weil halt kein Kevlar und so Zwei kommen wahrscheinlich über Mitte Aua, Aua A Wenn Long nicht geht, wenn nicht Long helfen muss auch schon Oh mein Gott, Aua Einer B Ich brauch keine Der wohl hat nur noch einer P Wow Von wo denn? Danke, danke Oh mein, ey Bombe ist A, A Short Hält die Bombe mit uns A Short Du musst auch Deutsch sprechen A Short Oh, hallo Hallo Moment, ich muss erstmal zu A hin, warte mal A Short ist da Ist zurück Jenny, zurück Ja, ich weiß es Für einen lass mich einfach laufen, ja Flash von, keine Ahnung wo Jetzt bist du grad anlang Nee, lang ist es nicht Aber CT auch Wurde angeschossen Krass Ja, sorry, ja, ja, sorry Ganz ruhig, ja Okay Ist ja eh nur noch einer Ja Warte schon mal CT Kevlar Aber ich hätte Kevlar gekauft Und ein Saved Kevlar Damit er Doreen Ich glaub's aber nicht Ich glaub unsere Gegner-Team ist ein bisschen zu blöd dafür um daran zu denken Dass man noch einen Kevlar-Saven kann Weil das kostet ja auch ungefähr tausend Oh, easy Oh, easy Na, das war auch Wer hat das meiste gemacht? Ich natürlich Hey Ich So Na, ich ballte die Waffe erstmal Flo, ich hab jetzt übrigens wirklich für fast jede meiner Waffen einen Skin Schön, ich nicht Ich auch nicht Bei mir Ja, du hast auch alle verkauft, du Idiot Ja, für Subnautica Ich wollte unbedingt, äh, mich von diesen Val-Sounds abholen Na lang, na lang Okay Brauchst Hilfe? Ah, der hat mich Ist aber low B, B, B ist Cree B ist Cree Du bist auch low Boah, hast du mich erschrocken Ich hab fast in den Kopf geschossen Grün eigentlich im TS Ja Wow Long, long, long Ehh, einer kommt short, einer kommt short Wenn er nicht jetzt zur Mitte geht, grad war er short Wow Ja, A lang Gleiches Glück Wenn der short kommt, den brauchst du eigentlich nur anpusten Einer lang down, ähh, drei sind da noch Ich glaube einer mit der AK und P90 ist auch dabei Hinten ist doch auch einer Nice Grün hackt Hehehe Skill nennt man das Grün hackt Wege Sorry Vor allem wenn man jetzt sagt, zum Beispiel der cheatet auf Deutsch Der schummelt Der schummelt Der schummelt, eindeutig Das hört sich irgendwie voll weird an, finde ich Wenn man so über Gaming redet, so Der schummelt Weißt du was, ich drück jetzt einfach mal F5, weil ich das Spiel aktualisieren muss F5 Was passiert denn da? Guck doch im Chat Guck doch im Chat Dein Ernst Was? Ja, wow, toll, Flo Was? Ja, ich hab noch den hier Kann jemand A kurz decken? Gesundheit Gesundheit Ich schätze mal A, ne? Ja Short ist was Ja genau, er drückt mir mit der scheiß Drecks P19 hin Boah, Alter Drei Short Erik Schnauzer Was? Wird B Ja? Mit B U, 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 U Jetzt kommt der No Scope 360 No Scope Komm, mit der AWOB Wo ist er? War da ne? Rechts Tettik Da unten Ja, kommt das Terrorist Pink über Tettik Und ich will eine andere Waffe Ich hab ja gesagt, mach mal ne Dingens Da unten ist er gleich Da unten ist er gleich Mach nochmal Sehr schön Boah, ich hätte gelacht wärst du wegen den Runterfein gestorben Okay, AWP ist weg Hier ist ne Farmers Hier ist ne Farmers Fendi Soft, eine Farmers Jo Kann mir wer was legen? Spargeld, du Arsch So, erstmal ihre Catch-Hard geben, wie immer Drei HP hatte ich nur noch Ja, ich hätte gelacht wärst du da runter Ja, gewonnen ist gewonnen Jemand deckt A kurz Oh, hier B B ist Smoke Shot Ja Bomb down Kommt hier rein AAH Oh, ich bin so schlecht Da ist jemand in der Mitte Denn ich empfehle dir die PP Bison Ich will jetzt keine Bison Die Waffe Die Waffe Soll ich eins machen? Was? Bitte? Crap Team, to be honest Der war doch Du hast voll daneben geschossen Schau mal nieder Mach mal, ne mach noch mal, mach noch mal Ne, das war cool Nussgrün Jetzt kommt der No Scope of Doom mit der M4 Sind'n die? Wahrscheinlich A Oder saved Oder saved Ach, ist wieder nur einer Ja Afghane hier T, AWP Ja genau Ach, die AWP ist Afghane, die scoped nicht ab oder so Naeu Schön Was ist ne SSG Naja Möchte jemand ne AK? Ja, gerne Erika bitte hier, Eric G Werf zu Bitte bitte, danke danke Weißte, ich sag vor Eric und dann wär hier ja ich hab dich nicht gehört jajajaja und springen du musst ja springen einsetzt ihn so noch mal bin zu langsam reagiert denn ich mache mich wieder beleben geht nicht nee du sollst den smiley noch mal weg machen ben und dann warte ich muss grad spielen ben lenk mich mal bitte kürzlich ab leck mich am arsch könnt ihr mal zum zt spawn gucken bitte ne ich jetzt grad nicht ja da ist einer meine ich da war ja grad eben ja ich hab hier grad auch eingekillt ganz ruhig ja gut ist nicht da still deine unterhose bitte oh tunnels hab ich mich erst mal um chance nee so und jetzt hab ich von hinten geholt doch nicht wie viel kaufst du immer erik ich immer kaufe ich bin der wasserauge an der winkel ich bin der ins gesicht gesprungen ich bin bruce lee warum das los bin 0 km h ah wahrscheinlich oder ne hier ist ruhig ne ben halt dein telefon längst short 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 was heißt denn short du musst mit mir deutsch sprechen kurz kurz keine ahnung ach kurz ich hab keine ahnung was dir gesagt egal kurz ist da wo hier ich hatte schauen will da kommt jetzt einer harry lass mich auch mal was setzen doch eric sch eric schnauze schnauze du kannst du auch noch nach weg machen gib mal her 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 schön 5 omg ko muss ich machen also hardcore echo nee ich kobe bernot vertrag also das kommt der nova boy wie nein wenn das sehe ich nicht an fuck flashe ich bin für flashe ich bin für f� 56 sekt einer mitte war für flasht Oh, full flashed. Wahr ist keine gute Aussage. Oh! Auch immer dieser P90-Loop! Lenkst mich voll ab. Verschreckst dich nur! Ja, wegen der scheiß P90, Alter! Da kommt's um die Ecke. Halt, was machst du grad? Brrrr! Also... Darf ich dich beobachten? Letzter Schott! Ich weiß! Provozier mich nicht, Ben! Provozier mich nicht! Geh trotzdem besser als Florian! Erik Schnauzer! So, dann ist ja auch schlecht. Denn er ist ein Noob! Du bist ein Noob, Ben! Er hat dich mal Noob genannt. Okay, 101! Ben, ich hab wichtiger Sachen zu tun, als mich irgendwie in ein Spiel hochzuspielen. Okay, dann sind wir den nächsten M.M. Und wer dann am Ende besser steht, der ist besser! Ich steh, wenn wir zu dritt zocken, eh als Erster da! Doch! Kannst Flo fragen! Die letzten Matches, wo wir gezockt haben, war ich meistens Erster oder Zweiter! Und er war auch weiter oder Erster! Was, Ben? Ben, wir spielen halt nicht mit Leuten, die sich hochspielen lassen haben! Ich kann gegen AK spielen, aber hier verkack ich voll gerade! Das ist AK! Das ist Gold Nummer 3! Sicher! Das ist Gold Nummer 3! Halt die Fresse! Halt die Fresse, Ben, das ist Gold Nummer 3! Haltet beide einfach die Klappe! So was kommt immer sehr gut im Stream! Oh, deine Aufnahme! Ne, ich lege nicht jetzt gerade! Ich muss jetzt erstmal... Du hast 12.000! Nein, 11,8! Was willst du denn? AWP! Biete, biete! Danke, danke! Biete! Bin ich echt lieb von dir, danke! Aber ich bin immer lieb! Au, au! Könntest du das vom Anwalt wiederholen? Nein! B-Tanne liegt, Feuer! AAH! Ein Fohlflash! Hilfe, Hilfe! Nein, nein, nein! Wenn du weiter schreist, dann hört man ja nichts, ne? Also komplett A! Leck mich nicht ab! Ne, noch nicht! Ich kanns, Ben! Na, fuck! HÄH! Stunde! Nein, Mitte! Was?! Tunnel ist das, wo du... Ja, Luis, ich merke mir das eh nicht! Tunnel ist das, was ein Tunnel ist! Was, Digga? Kein Spaß! Okay. Also... Ah! Wurz! Warte, warte, grün, kannst mich auf Schock schnell boosten! Der hat einen Hit bekommen! Ich hab genau... Ah, dick! Da holt's ja auch mit... Ben geht's... Was?! Ben, rede mich nicht voll! Ich hab nicht... Ah! Aber ich hab'ne Mingo gekillt! Ich hab'ne Mingo gekillt! Ja, so ist dran Mongos töten halt Mongos, das ist normal in der Natur So, was geht mit hier ab? Was? Und wechselt so die Waffen so prrrrrr Sieht aus wie so ein richtiger gestörter Hab ich mich so verändert? Ich schau schwarz Oh! Flash! 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 Ja geh raus, geh weg, ich hab's Warte, ich mach smoke rein Flo Flo ist orange Schöne smoke, danke Ne Flo orange? Ich weiß Die machen nur schöne smokes Ja, muss ich verstehen, dass ich mit Flo heute Mechmecken gespielt Dann hat er anstatt orange, hat er orange gesagt Ne Flo? Orange Seid mal kurz leise Versuchung, ne? der eine ist halbes leben auf halbem leben 50 pro sein hp auf dort ist es noch aber nicht bei den nur sicher aber nur oder in der bläden überwenden das war's der kurkult Prozent der Berauten hat auch also Tonne A4 hat mich nicht gesehen Ich freu mich grad wie sich das Gegner-Team fühlt Ja wie man sich so fühlt wenn man 16-0 verliert Fest steht's doch nicht vielleicht haben sie ein Comeback und einer von denen macht ein Raidhack an Boah wir haben heute ne Runde gespielt da haben wir einfach in der letzten Runde Wo ist eh schon festgestellt dass wir gewinnen einfach mit Negev gespielt Ja heute ne Full Negev-Team alter Das war richtig geil Wir könnten mal Arnau kommen Hör auf Ben Gott Ich bin am vorken ich hab dir gesagt du sollst ihn nicht nerven Dass du ihn raus wirfst Nee das kann Erik nicht Der kann einfach mal seinen Bruder rausschmeißen Doch kann ich aber der soll nicht Was machst du noch? Ich glaube ich hab dir was gebacken Nicht wenn ich angst Schmacken Erik winnet jetzt die Schnauze oder mutest dich? Ja Was mach ich? Ja Bis die letzte Mach safe mach safe mach safe Mach safe mach safe dann weg Ja Ich ich Wenn einer kommt habe ich hier Warte Die sind über dir glaube ich Ja sind sie Wirf Granate direkt 4k Schaffts aber nicht mehr Safe einfach Boom bitch get out the way Ich hoffe er stirbt ich hoffe er stirbt Wer darf nicht safe Hat er Schade Naja Herr Mongo Ich hab ja gesagt wir hätten nochmal Dinge spielen müssen Kann mir jemand in Nova legen? Jetzt kann ich nichts mehr legen Ja Moment schlägt der Out of order Nova Nova Wo ist meine AWP? Ach ich hab mir keine AWP legt Oh ich wollte die auch nicht Wer hat in Nova? Hihihi Aua So er hat meine Nova Oh Harry Schöne Nova haste Ok Ein viel schönerer Nova es ging Sicher Mann Kein Bock mehr Höh Jetzt holt er Harry alle weg mit Headshot Na klar ich hab auch an Junge Jetzt hast du den O-Hack angemacht Hab die Hab die Dinge ans glaube ich naja K Bombe liegt Ja ach Hab ich gerade versucht zu sagen Da ist auch noch einer Wow Wirk sie die gleiche Waffe für die gleiche Waffe Für die gleiche Waffe Hey für einer hat so Einer sagt so auf Deutsch halt Wallhaken so Er hat die Wandschummlungen an Die Wandschummlungen alter Wer kennt sie nicht? Die guten alten Wandschummlungen AWP Meiner meiner Ich geb sie dir nächste Runde ok Willst du eine AWP? Ehhhh Wird eine AWP Darfst du eine AWP Dankeschön Ich kann ja auch noch mal legen wenn du willst Was? Ja er wurde geschummelt Ja er wurde geschummelt Oh der hat eigentlich Zielschummeln umgeinander Oh Mann Aua Was? Flasch Was? Granate ist raus Ihr Flasch Danke Ja ich hab's doch gesagt mein Gott SP AWP Tunnel Wollt grad fragen bist du sicher und dann so Na gut Wollt grad fragen bist du sicher und dann so Na gut Uhhh Wollt grad Wollt grad Ah fuck Ja hier ne Harry hier Ja hier ne Ja geht einfach lang Die sind beide da in dem Tunnel da Da sind sie nicht Ne die sind gerade und sport Einer legt die Baum mit schnell Nein und nimm ja die Fuse Nimm die Fuse Was? Abeda abedi abeda abedi Abedi Jetzt haben sie ran Ja Rage Äh ne Wutschummeln Enrage Weißt du dann? Die Enrage und jetzt Dann so Brrrr Chlo ich schmeiß jetzt direkt eine Rauchgranate rein Wutschummeln Rauchgranate ist ja nicht so schlimm wie Blend Dann macht man Wutschummeln Ich fähr vor Warte lass mich auch vor meine Blend reinwerfen Da macht man einfach nur so Weiße guckt er auf den Boden und dann so Pfft halt 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 Blend ist doch noch A Lager Und dazu noch ein Spinboard Uuuuuh Na die gehen A Konzentrier dich mal ein bisschen dann Oh Mann, diese scheiß B90 Spieler Um Ben auf mich anzuquotten wenn ich am zocken bin Dann schmeiß ihn doch einfach raus du Idiot Du Quatsch doch die ganze Zeit Ja Ben redet mit mir, ihr hört den übrigens mein Mikro von mir Doch den hören wir auch Die sind immer noch T-Base T-Spo Der fahr auf Langmed Anna ist Anna geht schwarz Mit ner AWP Legermann Auf A direkt Ja Schön Schön Harry, schön Harry, schön Harry, ich war noch nie so stolz auf dich Letzte Runde kaufen was fehlt Hat nach der Runde noch jemand Nach der könnt ihr Rocket Duns spielen Nach wenn ich Keine weitere? Nee, ich muss doch mal die ganze Folge rendern Dass ich so über Nacht hochladen kann Hä? Neidest du deine Folgen nicht? Nö, ich mach immer zwischendurch so kurz F9 drücken zweimal Ah, ich komm hier nicht hoch, was ist denn los? Das ist dann so'n kleiner Cut Wie gesagt, ne? Äh, A langes Morg Und da form ich einfach nur mein Intro Wie heißt denn der Kanal? Meiner? 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 Ja Cypher-Game aber mit P geschrieben So wie in T.S. Okay Alter, was war das denn? Natürlich, natürlich Vor allem Dingerns direkt Und ich kann ja mal Hier bei der... Wo war die Bombe? Bei A noch Glaub ich Und nicht getroffen Keine Skill hat der Junge Keine Skill Nehm, so Ja da Ehrlich? Ja, ich bin irgendwie auf F9 gekommen mal wieder Ach stimmt, weil ich rausgetappt bin Raus... Raust du was los? Nee Wohin geht's? Ich hab mich mal wieder verklickt Also ihr habt wieder ein bisschen weniger Ihr habt nicht viel verpasst Außer grad eine richtig Schlimme Runde Wo fast noch geschossen wurde Kein bisschen Ruhe Wie lange macht Wie lange macht die Keine Ahnung Ah, unten im Bunker Wait, Shot doch noch Loll Danke Danke Und ich krieg ihn nicht ey Muss ruhiger werden Keiner in Mitte Auf 8 Shot Ach da oben! Boah, ich hab gar nicht gesehen Ich hab nur den gesehen der da hingerannt ist Los Jenny, ich glaube Dazu zwei Mann Ich spiel da voll noch ein paar Runden Dingens ey Wettrüsten, das wird nicht so Lass mal jetzt B gehen wieder Was geht denn? Also alle B 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 Jenny, geh im Plant. Jaha, Moment. Wie mach ich das denn nochmal? Lange A drücken. F1, war drücken. Du hast mich grad gewinnen. F1, was? War das? Ich... Ich hatte ne Ohr! Ich hatte ne scheiß Ohr! F1, Halt mal den Mund bitte. Nice, good job. Nice. BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Erstmal... ... pupsen. Boah... Zu viel Anspannung. Ich guck sie dir an. Ich hab sie. Und du nicht. Wohin? A, B, C. Achso, Pause. Ja. Ja hier ist die A, B, C. Also was machen wir? Wo ist denn die A, B? Äh, die E, B, C. Rush B, okay, warte mal, wo ist ein B? B ist da wo wir gerade waren. Spock, Flash und ihr rennt einfach durch. Nicht den Bleib. Ah! Ich geh mit der Bombe ein bisschen weiter hinten, dass ihr zuerst geht. Ne, ne, steht perfekt. Da liegt ne, so, ich geh, wenn jemand einer haben will. Nein, danke. Schade, dass die Isis-Länder jetzt raus sind anscheinend. Man, das hätte mich gefreut. Na, 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 na. Ähm. Wuhu. Ich kann immer noch nicht laufen. Ja, jetzt laufen 10 Sekunden runter. Nochmal 10 Sekunden. Ach, schade. Die Anti-Terror-Einheit gewinnt. Ravion, oder? Ja, ja. Ja. Ja, ja, Deutschland sind rein, lauf durch. Lauf, lauf, lauf. Denbleiben. Denbleiben. Einfach durch. Sauber. Es läuft in die Dom. Toll. Hier, äh, Dingens. Flash. Wo, wo ist denn die Dingens? Warum ist geplantet? Achso. Ach, n' die, Alter. Haben alle, äh, Low-Titles, denke ich. Ja. Flo, Achtung, bei dir Dingens, glaube ich. Ja, aber wir gehen jetzt gleich hoch, also. Naja, da ist noch einer, weil es schafft er ja nicht. Scheiße, MP-Noop. Hä? Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll, ich bin mit einem Steck. Ich nehme DSG jetzt. Wie gesagt, ich fände die PP-B-Sonne. Sag doch mal. A jetzt wieder, oder B noch mal. Dann A. Dann A lang. Ich gehe mal short. Okay, dann alle A kurz. Ich stehe ja auch hier. Äh, safe. Ich stehe. Äh, lang. Kurz, 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 kurz. Ich kann immer mein Herz. Hm, da kuscheln sie. Lass mir immer first. Nee, egal was. Äh, Neger, drauf hab ich gehört, bitte. Sollt ihr eine legen? Ja, ja, bitte, bitte. Ich hoffe, dass du damit umgehen kannst. Kann ich. Zack. Ich hoffe, ja. Lang denn, hier unten, wieder kurz, lang? Kurz, okay. Komm, wir gehen lang. Grüni. Ja, kommt einer. Zwei. Noch einer. Ja. Naaah. Waren kurz. Ein auf A. Headshot geil. Geht lang. Da schon. Lang. Weg, weg, weg. Erik, echt ein Held. Erik, du musst auch auf den schießen, ne? Halt die Fresse. Bei 42 Schuss lädt eh erstmal nach. Nice. Wenigstens etwas. Ohne Munition geht nicht. Na rang. Kiste auch noch, geil. Jenny hat ein Skimmel bekommen. Für nichts eigentlich. Sag dann mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.